Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Observer. Ich habe ganz kurz mir nicht nachgeschaut. Die einfachste Lösung ist hier. Man muss dieses Rädchen drehen. Okay. Okay. Was? Was zum Fick? Where is that fucking bastard? Mommy! Mommy! Okay. 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 Du wirst nicht jemanden verletzt. BASSUM Was ist das? Ein Kind? Das ist ein Kind! Was zur Hölle passiert da? Was ist das? Das ist die Tatooine! Hula! Das ist die Tattoo-Truller Wohan? Da muss das Stromkabel irgendwie in die Reihen. Was ist das? Was ist das? Ah, was war das gerade? Was muss ich jetzt machen? Ich kann damit nichts machen! Ah, hier! Okay. Was? Alter! What the fuck just happened? Matriarch, give me the duration of the last sequence. You are connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing it? Already scanned. Focus down. Try to remember. Warning, abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victims. Calibrate it, Trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Certo. Tokeness. Bingo! Ne timely. Ein G-Stock. Risswunde. Alles voller Blut. Oh. Oh mein Gott. Gut, wie auch immer. Ist mir schnuppe. Das wird nicht besser in dem Spiel. Aber der hat noch eine saubere Küche, muss ich ehrlich sagen. Okay. No, da ist ein Kärtchen. Das können wir uns wieder. Der sah verrückt aus. Na. Aufgehen. Da ist nichts mehr drin. Was zum Henker? Steht der auf Männer? Wat soll's. Jakob Karnas. But that didn't stop him, did it? So, wie es aber weitergeht, das erfahren wir im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gespannt. Genieß den Tag und bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.